jo moin grüzi und servus miteinander ich bin's der matz von telekontur und ja willkommen zu einem block splash auf unserem balkon hier in wolfen schießen und ja wir haben mitten in der nacht und eigentlich wollte ich morgen einen block oder wenigstens einen block splash machen aber guck mal so sieht der aktuell aus da schneit ungefähr seit einer stunde ein bisschen näher ran hier halb licht leicht im schnee ja ziemlich kacke irgendwie so gar kein motorradwetter ja aber die gute nachricht ist ich arbeite gerade an einem jahresrückblick für 2016 und da ist mir noch einiges an video material in die finger gekommen dass ich noch zeigen kann unter anderem auch video material aus norwegen auch da will ich euch noch ein tal zeigen das ist echt wunderschön und ziemlich abgelegen das gibt es noch dann ja eben jahresrückblick es kommt noch was auf dem blog und ja also ganz viel aus der konserve halt und ja ich hoffe ihr seid mir nicht böse wenn ich ein bisschen konservenfutter bringe aber ja guckt euch das an ich meine wäre ja ganz lustig oder so ein Motorrad jetzt in der nacht ohne verkehr wäre es noch eine überlegung wert aber ja gut ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten mal wenn wieder tauwetter ist und hoffentlich auf dem motorrad tschüss ich gehe jetzt in die haja ja 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 Habe, libero, la quito de la chalica, volatil, boca, bozo. Le, le, armes, le, armes, 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 bozo.